Ich hab alle gefragt und überall gesucht. Man findet den Typen nicht. Der Osman, den ich kenne, würde sowas nicht sagen. Was ist los mit dir? Du beschwerst dich über alles. Fängst dann zu stinken. Nala, bin ich dumm? Übertreibe ich? Bruder, was Osman sagt, stimmt. Saki ist wie ein Geist. Ringweg 16. Ich hab alle gefragt. In der 16 geht keiner ran. Ich hab Biggi gefragt, aber er sagte, dass gerade niemand in der Stadt ist. Bruder, alle sitzen. Oder sind sie zu feige für den Scheiß? Ich mein, meine Cousins wollen damit. Sieben Black und die Jungs, niemand.